So, heute montieren wir wieder mal die Insektenschutztür in der Rahme, der selbst schließende. Dazu montieren wir zuerst mal den Montagerahmen an. Man hat es uns schon vermittelt und ausgerichtet. Seitlich gebohrt und mit Edelstahlschrauben, weil wir da im Pausenbereich sind, wird es vorsichtig angeschraubt. Der Montagerahme ist montiert, schier unsichtbar, am Rollladen entlang, mit den Scharnieren und jetzt hängen wir diese Tür mal ein. Die Tür ist jetzt montiert. Jetzt haben wir unten noch die Möglichkeit, die Bürste in die Länge zu verstellen, um es absolut dicht zu gestalten. Da stellen wir die optimale Länge ein und schrauben es fest. So, jetzt ist dann nach unten hin auch abgedichtet. Die Tür ist fertig montiert. Es ist ja recht unsichtbar. Man sieht es kaum. Wir haben einen automatischen Türschließer. Bleibt immer zu. Der Magnet zieht die Tür zu und haltet sie auch zu. Rollladen geht nach wie vor dran durch. Perfekte Lösung. Das ist ja gut. Bis zum nächsten Mal.